Hallo Falk, Gruß Simon und hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Folge, zu der dritten Folge von Emilia, die verschwand an einem Tag. So oder so ähnlich. So oder so ähnlich war der Titel, genau. Und es begub sich, dass wir eine Toilettenpapierrolle an einen Ladenbesitzer verschacherten. Ist das richtig? Warte mal, irgend so was, ich glaube so ein Kramerladen. Ja. Genau, da sind wir rausgegangen. Ne, wir sind noch drin, laut meinem Spielstand. Ja. Aber ich glaube, wir haben damit beendet, dass wir irgendwas da weitermachen müssen und Richtung Kirche oder sowas gehen müssen. Ja. Wegen dem blauen Licht. Ah, genau, genau. Also wir müssen die Situation wiederherstellen, die uns zurück in die Zeit geschafft hat, sozusagen. Das stimmt. Auf Deutsch. Irgend so was, ja. Ab in den Kirchturm, laues Licht gucken. Übrigens, ich muss mich schon wieder entschuldigen. Ich schnüpfe schon wieder leicht. Diesmal ist es ja Hochsommer, also im Herbst. Aber ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht tropft mir jetzt diesmal der Schweiß aus der Nase. Also ich weiß nicht. Der Pollen ist es bestimmt nicht. Ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass dir um jede Jahreszeit irgendwelche Flüssigkeiten aus der Nase rinnen. Und die Wissenschaftler haben noch nicht ganz rausgefunden, was es jeweils ist. Aber, ja. Ja, das kann sein. Also das ist so, glaube ich, ja. Aber da kann ich ja nichts für. Das hat Gott so gewollt. Ja, das stimmt. Ja, jeder ist halt so gemacht. Genau. Deshalb bitte jegliche, wie sagt man, jegliches Ärgernis bitte direkt nach da oben. Naja. Ich muss mich auch nochmal entschuldigen für das Rauschen in den letzten beiden Folgen. Ich hoffe, dieses Mal ist es weg. Das war, weiß ich nicht. Ja, aber. Deine Stimme. Genau. Ja, wie Beatboxer kann ich nämlich mehrere Geräusche irgendwie gleichzeitig machen, zumindest gefühlt. Und ich habe halt Rauschen gelernt. Entschuldige mal. Ich bin Rauschmeister. Ja. Genau. Man sollte es mit dem Rauschgift nicht übertreiben. So. Ich möchte hier nochmal kurz in unsere Hosentaschen langen. I. Emilia. Ach so. Und einfach nur nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir da eigentlich alles drin haben. Und ich würde sagen, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganz schön große Buchse da. Liest er oder lese ich? Lese er. Wir haben folgendes. Einen rostigen Schlüssel, einen Handbohrer, einen Putzlappen, einen Apfel, eine Birne, ein Bund Radieschen, ein Bund Karotten, eine Gurke, eine Kehrschaufel, eine Klopapierrolle, ein Foto und einen Jogginganzug angezogen. Wieso haben wir die Klopapierrolle eigentlich bei uns? Haben wir die nicht schon dem Herrn gegeben? Ja. Also eigentlich schon. Aber ich glaube, da ist irgendwie ein Fehler drin. Oder wir müssen uns erst was von ihm aussuchen, was wir brauchen. Also wir sind ja gerade in dem Kramerladen. Ah, stimmt. Und das war der Deal. Sprich mit Kramer. Und jetzt kann man sagen, pass auf, ja, ich hätte hier eine Toilettenrolle übrig. Und dann sagt er, oh, das wäre super. Im Gegenzug dürfen sie sich etwas aussuchen. Und wenn ich jetzt sage, was haben sie im Angebot? Dann sagt er, ja, sieh dich halt um und such dir dann halt was aus. Okay, dann können wir das Gespräch ja beenden und uns generell mal umschauen. Ja. Und dann vielleicht weitergehen, wenn es nicht zu offensichtlich ist, bis wir wissen, was da. Also schau dick um. Der Laden ist ja urig, aber sowas von. Überall stehen Sachen herum, ein richtiges Sammelsurium von aller Welts Gegenständen. Jedoch entdeckst du kein einziges elektrisches Gerät. Der einzige Ausgang ist die Ladentür im Westen. Der Kramo steht hinter der Theke und blickt dich freundlich an. Das ist jetzt ja irgendwie nicht so ein Ding. Ich habe mal versucht, die Sachen zu untersuchen. Die Ladentür könnten wir uns aussuchen. Eine Ladentür. Also ich habe mal die Sachen, also das Wort Sachen untersucht. Aber das ist so ein Laden, wo man eher den Verkäufer fragt, als selbst in den Waren zu wühlen. Ah, okay. Da gab es tatsächlich so eine Option. Sprich mit Kramer. Und dann hat er, was haben sie im Angebot, kann man ihn nur fragen. Hä? Ja, toll. Okay, wahrscheinlich muss man ihn irgendwie danach fragen, oder? Ja, das wird eine Gesprächsoption sein, die einfach irgendwann freigeschalten wird. Okay, dann lass mal auf. Übrigens sind solche Tante-Emma-Läden, finde ich, total cool. Gibt es halt selten, ne? Ja, weil sie halt total unpraktisch sind, wenn man fair ist. Ich muss ehrlich sagen, ich war das letzte Mal in einem Einkaufen zu DDR-Zeiten als Kind. Da hatten wir so einen bei uns. Ja, wir auch. Das war sehr witzig. So eine riesengroße Theke im U gewesen und du bist in den Laden rein und standst quasi von oben kommend, also quasi als würdest du von oben in ein U reinlaufen. Und ansonsten war das so ein quadratischer Raum quasi und an den Unterseiten, links und rechts und unten, an dem U, wenn man sich das vorstellt, waren alle Wände vom Boden bis zur Decke ein Regal. Mit Süßigkeiten drin? Ne, ja, bestimmt auch, alles mögliche. Also Butter oder Eier. Ich bin einmal, ich habe mir ein Überraschungsei gekauft und bin dann, weil ich so erfreut war über das, was drin war, nochmal in den Laden geraten und habe es der Frau gezeigt. Das musst du mal im Supermarkt machen. Ja. Okay. Lassen Sie Kramer-Anekdoten, Kramer-Laden-Anekdoten bis später verschieben. Mit später meine ich auf nie wieder. Und hier rausgehen. Denn dann sind wir in einer Gasse, Post-Gästchen, um genau zu sagen. Können wir auch nochmal kurz vorlesen für die Leute, die sich nicht mehr erinnern können. Oh, das ist lieb von dir, danke. Ja, ich meine nicht dich, ich meine die Zuhörer. Ja, du hast dir das natürlich alles gemerkt, das weiß ich. Genau. Die Gasse identifizierst du als Post-Gästchen. Nur, dass hier im Vergleich zu den Post-Gästchen, das du kennst, statt eines Betonpflasters ein holpriger Steinbelag zu finden ist. Und manche der schönen Häuser durch Neubauten ersetzt worden sind. Im Norden erkennst du den Kirchplatz. Im Osten befindet sich der Kramer-Laden. Die übrigen Richtungen sind für dich momentan uninteressant. So, dann haben wir hier, genau, wir haben noch die Mauer, über die wir letztens ja drüber geklettert sind. Und es regnet und donnert und so weiter. Also können wir ja eigentlich nur nach Norden gehen. Ganz genau. Richtung Kirchplatz. Ja. Mach mal das mal, wa? Nu. Der Kirchplatz sieht fast genauso wie in der Gegenwart aus. Die Häuser haben sich kaum verändert, nur der große Brunnen, der heute mitten auf dem Platz steht, fehlt. Der Eingang zur Kirche ist im Norden und der Platz ist menschenleer. Okay, also können wir wahrscheinlich einfach nur. Aber lass mal den Brunnen untersuchen, ne? Nicht, dass da irgendwie... Der ist ja nicht da, oder? Oh Mann, sorry, ja, stimmt. Aber so ist man schon getrimmt. Man scannt den Text nochmal. Warte mal. Ja, Moment mal. Also es kann... Und sieht da ein Wort und will es dann untersuchen. Da steht, nur der große Brunnen, der heute mitten auf dem Platz steht, fehlt. Ah, stimmt. Ja, okay, aber hier ist trotzdem kein... Also Definition von heute ist halt unterschiedlich, ne? Also heute jetzt in dem Moment oder heute aus der Zukunft? Ich würde sagen... Ich untersuche Brunnen einfach mal. Genau. Und damit ist das Rätsel... Rätsel... Lösung da. Also genau. Heute ist... Also hier in der Vergangenheit gibt es den Brunnen nicht. Was komisch ist irgendwie, ne? Dass in der Zukunft dann Brunnen stehen soll. Tatsächlich habe ich mir das auch überlegt, ja. Weil... Also. Na gut. Weide. Mhm. Nach Norden, ne? Mhm. Unter der Empore. Ach nee, Moment. Du öffnest... Du öffnest zuerst die Kirchentür. Pschsch. Die Kirche ist voll bis auf den letzten Platz. Ein ungewohnter Anblick, denn üblicherweise sind nicht einmal die Hälfte der Plätze belegt. Auf der Kanzel steht der Pfarrer und hält gerade seine Predigt. Zwei breite Treppen führen nach Osten und Westen auf die Empore hinauf. Der Ausgang zum Kirchplatz ist im Süden. Ich würde jetzt mal schätzen, dass zu dieser Zeit es schon eher üblich war, dass die Kirche voll war, oder? Also heute ist es ja eher üblich, dass nicht mehr so viel Ansturm ist bei den Andachten. Ja, würde ich... Steht ja auch so im Text, ne? Oh. Okay. Stimmt. Tut mir leid. Hast du mir wohl nicht zugehört? Wie? Nee, tatsächlich bin ich, das ist, wenn es um so Zeitreisen und sowas geht, dann kommt man ja leicht, ne, ins Wanken mit der logischen Schlussfolgerung. Und irgendwie habe ich den Satz jetzt verdreht und dachte, das war anders gemeint. Aber du hast natürlich recht. Lass uns nicht weiter herumstammeln, sondern... Ich würde nach Osten oder Westen gehen. Lass uns nach... Was mögen wir denn lieber? Ich gehe nach Osten. Ich gehe nach Westen. Nur um sicherzustellen, dass da nicht irgendwas rumliegt, was du jetzt übersiehst. Also ich bin jetzt auf der Empore. Ich gehe auch. Also die Empore ist vollständig von Chor und Orchester belegt. Es bleibt kaum noch Platz, sich zu bewegen. Die Tür im Süden führt in den Turm hinauf und die breiten Treppen nach Osten und Westen wieder hinunter zum Ausgang. Der Dirigent steht mitten auf der Empore vor seinen Notenblättern, den Taktstock bereits erhoben. Auf dem Notenständer ist ein Notenheft. So, da muss ich jetzt mal hier was korrigieren. Das ist nämlich der Notenständer, nicht die Notenblätter. Aha. What? Du hattest eben Notenblätter vorgelesen. Ich wollte es nur deswegen erwähnen, weil dieser Notenständer natürlich ein idealer Blitz-Unlock-Gegenstand wäre. Und wenn wir jetzt von Notenblättern ausgehen, wäre das ja nicht der Fall. Ach so. Es gibt ja übrigens das... Ich will jetzt mal einen kleinen dreckigen Witz einstreuen, weil es einfach so anbietet. Jetzt pass auf, ich feuere ihn raus. Wir sind ja hier unter uns. Warte, wie ging das nochmal? Es hat auch was mit Notenständer zu tun. Ah, genau. Coole Geschichte. Alle Bläser... Warte mal. Puh. Da... Alle Bläser gehen jetzt hoch. Ne, alle Bläser ohne Ständer gehen jetzt hoch und holen sich einen runter. Ah, der wird... Also es ist wie am ersten Tag. Hat ein bisschen gebraucht, aber vielleicht gehört der Anlauf dazu. Das ist wie ein Bein, ja. Wird einfach immer besser. Jo. Gut, jetzt wieder mal ein bisschen ernst. Das muss ja die Folge noch als... Wollen wir uns das Notenheft mal anschauen? Erwachsenen Inhalten. Nicht, dass ich glaube, dass es was bringt, aber... Ich möchte jetzt den Stern da angucken. Ne, man muss ja von vorne anfangen, Notenheft. Das Titelblatt zeigt die Bachkantate 22. Ich hätte viel Bekümmernis. Ich hatte viel Bekümmernis. Verzeiht. Aber da ist eine Ecke umgeknickt und dahinter sehen die Noten ganz nach der 21. Bachkantate aus. Mmh, die müssen wir klauen, ne? Da gänzt sich jemand aus. Ich habe keine Ahnung. Ne, das war doch deswegen, weil doch zu dem Zeitpunkt, als wir verschwunden sind, hatten die doch auch eine Bachkantate gesungen oder gespielt. Und wir müssen doch dieselbe Situation herstellen. Wir müssen also, wir müssen dem Typ also irgendwie ablenken, sagen wir mal, in die Handyklatschen, sage ich jetzt einfach mal ganz spontan. Und dann müssen wir schnell das Blatt wegziehen und dann guckt er wieder runter. Das heißt, wir müssen... Ja. Ich verstehe. Das heißt, wir müssen jetzt zum... Na, erstmal den Notenständler. Zu dem Johnny da draußen, zu dem Shopbesitzer und sagen, hier kriegst du das Klopapier für die 22. Bachkantate. Ne, warte, wieso denn? Guck mal, das Titelblatt zeigt auch die 22. Und da ist aber eine Ecke umgeknickt. Und hinter dem Blatt ist schon die 21. Wir müssen jetzt eigentlich nur das Blatt vorne wegzippeln. Ach so meinst du? Ne? Aber vorher, lass uns doch mal den Notenständler untersuchen. Vielleicht hat er eine Wegzippelautomatik. So, im Gegensatz zu den dir wohlbekannten Notenständern aus Metall ist diese hier aus Holz und geschnitzt. Okay, meine Theorie des Blitzanlock-Gegenstands ist widerlegt. Ich glaube, wir waren bei dem Blitzeinschlag oder was auch immer das war, auch im Haus, also in der Kirche. Ja, ich sag ja nur, ich sag ja nur. Guck mal, vielleicht, guck mal, Blitzableiter, ich weiß nicht, wann die erfunden wurden. Aber wahrscheinlich nicht im Mittelalter. Vielleicht hätten wir halt jetzt diesem Turm einen verpassen müssen, damit der Blitz überhaupt mal dort einschlägt. Wäre jetzt mal meine Theorie. Aber wie gesagt, ist ja aus Holz. Wenn ich mich recht erinnere, sind wir hier derzeit im späten 19. Jahrhundert. Ach so. Das ist nicht so lange. Ich habe jetzt irgendwie immer noch ein Mittelalter. Na gut, okay, lassen wir das. Der Dirigent steht, oh, lassen wir den Dirigent untersuchen, ne? Dirigent. Der Dirigent ist ein rundlicher, kleiner Mann mit schütterndem Haar und Schnauzer. Pikfeiner Anzug, weißes Hemd, Fliege. Wie man sich eben einen Dirigenten vorstellt. Ja, so macht man das sonntags in der Kirche, oder? Habe ich mir sagen lassen. Ich habe noch nie Dirigenten der Kirche gesehen, glaube ich. Ich habe noch nie eine Kirche von innen gesehen, aber... Ich habe überhaupt noch nie ein Orchester in der Kirche gesehen. Was ist das denn jetzt eigentlich hier, ja? Ich war schon oft genug in der Kirche, um zu sehen, dass da nur ein Typ an der Orgel sitzt. Und einmal, und nur einmal habe ich erlebt, dass überhaupt mal mehr Leute rumsingen. Und das war zur Firmung meiner Schwester. Sehr guter Gospelchor war das übrigens, glaube ich. Was ist Firmung gleich nochmal? Firmung ist die Bekenntnis zum Glauben, aber das ist nach der... Also wesentlich später zur Erstkommunion. Ich glaube, die Firmung ist äquivalent... Was ist Erstkommunion? Die Erstkommunion... Jetzt bringst du mich hier in Bredouille. Vor allem das Geile ist, ich habe das ja auch gemacht. Und kann ich nicht mehr erklären, was ich da eigentlich gemacht habe. Naja, auf jeden Fall sind das irgendwie so eine Art... Das war ja scheinbar richtig wichtig. Total, aber ich habe ein Radio bekommen mit Mikrofon, also was willst du sagen? Da kam auch mal... Von der Kirche? Nein, von meiner Familie. Nein, aber... Also ich würde sagen, ich verweise mal auf Wikipedia, aber das sind alles irgendwie Bekenntnisse zum Glauben und ja, so weiter. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Gott sei Dank muss ich den Kram nicht mitmachen. Hier, weiter im Spiel. Schau. Das wäre echt gut, wenn die Kirche Radius rausgibt mit Mikrofon. Man weiß es doch nicht. Du hast gesagt, ich war da und da gab es Radius. Kann ja nichts für. Genau. Na gut, also Taktstock und so weiter und so weiter. Wir können... Ey, lass uns einfach auf den Turm gehen, oder? Also erstmal gucken. Ja, dann checken wir, was da oben abgeht. Genau, checken wir, was da geht. Also was ist das nach... Nach Süden, ja. Süden, ne? So, du öffnest zuerst die Kirchturm-Tür. Im Moment ist das keine gute Idee, denn du kommst niemals unbemerkt durch diese Türe. Äh. Aha. Okay, dann untersuchen wir jetzt den Zippel. Achso, was? U-Ecke. Achso. So etwa. Naja, aber da ist eine Ecke umgeknickt. Okay. Untersuche... Also nicht Bach-Kantate vielleicht, oder was ist das? Oder Noten. Ne, Noten. Ich muss auch... Okay, da kommt die gleiche Bezeichnung, also die gleiche Beschreibung hier. Das ist die 22. Also, nimm Notenheft. So, ich hab's mal versucht zu nehmen, ne? Hast du auch? Mhm. Und? Der Dirigent passt auf wie ein Luchs. So kommst du nie unauffällig an das Notenheft heran. Okay, das ist schon mal gut. So, dann lass uns jetzt mal MacGyver-mäßig in unseren Taschen graben, was wir hier haben. Wir könnten mit der Kerbschaufel eins überziehen. Ja, auch. Wir könnten... Wir könnten ihm eine Karotte auf die Nase binden, dann lachen alle, und er rennt verpeinlicht weg. Verpeinlicht, ist das ein deutsches Wort? Jetzt schon. Klopapier. Oh, warte mal, das Foto... Wir könnten ihm den rostigen Schlüssel in die Nase stecken, dann stirbt er an Untersauerstoffierung. Mhm. Ich glaub, das ist mein Problem hier gerade. Das glaub ich auch. Nimm mal bitte die Karotte aus der Nase. Wir hätten hier noch einen Putzlappenhandbohrer. Den haben wir schon benutzt. Das ist ein Videospiel. Man kann nur jeden Gegenstand einmal benutzen. Und das Foto, das war jetzt auch nicht... Was war das Foto gleich nochmal? Auf dem Bild ist eine Familie mit kleinem Baby zu sehen. Warum ist das Buch schwarz-weiß? Warte mal, den Taufstein, um den die Gruppe kennst du nur zu gut. Er befindet sich in der Kirche, in der du vorher noch gewesen bist. Das heißt, diesen Taufstein müsste es hier jetzt auch geben vielleicht. Aber, ja, das bringt uns jetzt auch nichts. Pass auf, sprich, lass uns doch mal mit dem reden. Sprich mit oder singen, Dirigent. Ach, guck mal, man kann mit dem reden. Das ist super. Also, pass auf. Man kann jetzt flüstern. Guten Tag, Herr Dirigent. Wäre jetzt die Option eins, oder? Welches Lied wird heute gesungen? Ja, erstmal anständig begrüßen, oder? Auch wenn es unangebracht ist. Ich muss da... Nee, ich finde, jetzt sollte man effektiv sein, weißt du? Man ist schon da oben. Okay. Okay. Ja, also jetzt zwei, ja? Ja. Okay. Wir singen die zweite Bach-Kantate. Ich hatte viel Bekümmernis, gnädiges Fräulein. Und ich muss Sie jetzt bitten, still zu sein, denn wir beginnen damit gleich nach der Predigt. Ah. Oh ja, wir können Ihnen jetzt bitten, könnten Sie bitte, bitte die 21. singen. Augenaufschlag. Machen wir das mal. Setzen wir die Waffen und so... Das ist so eine feminine Sache, verstehe. Ja, 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 ja. Nein, tut mir leid, gnädiges Fräulein. Aber Sie ist sicher, was... Wie Sie sicher verstehen werden, kann man die Bach-Kantate nicht einfach austauschen. Also heute ist, ich hatte viel Bekümmernis an der Reihe und ich muss Sie jetzt endgültig bitten, still zu sein. Hm. Aufs Maul hauern ist leider keine Option mehr. Ja. Lassen wir uns... Na gut, dann machen wir jetzt hier Guten Tag, der Dirigent, oder? Genau. Machen wir das als Letztes, oder wollen wir gleich... Weil wenn der so unfreundlich ist, da können wir auch dieses Gespräch ungünstig... Ich habe jetzt einfach Hallo gesagt und da sagt er, Guten Tag, gnädiges Fräulein. Sollten junge Mädchen nicht schon im Bett sein, in Klammern, Stirne runzeln? Der Dirigent beendet das Gespräch. Im Bett sein. Ich glaube, es geht los. Hm. Hm, okay. Also sind wir schon mal... Okay, dann lass uns doch über den Westen. Du kannst beziehungsweise nach dem... Ja. Nee, tut mir leid. Es geht da jetzt auch meistens mein Weg. Nee, warte mal, es geht gar nicht. Nee, ich kann gar nicht runter. Moment mal, wo sind wir jetzt? Ich gehe mal runter. Ach, runter kann man eingeben und dann ist man unter der Empower. So. Ähm. Also. Wir haben ja hier noch Sachen anzugucken. Zum Beispiel können wir den Pfarrer untersuchen unten. Der Pastor steht auf der Kanzel und hält seine Predigt. Machen wir den mal unterbrechen? Sprich mit Pastor. Nee, das geht nicht. Er steht auf der Kanzel. Wir können nämlich nicht in die Kanzel, ne? Wir können nur zur Empower, aber nicht. Oder? Hm. Ich gehe mal nach Norden. Nee, da kann man auch nicht hingehen. Nee. Nee, ich glaube, da kommen wir gerade nicht hin. So, und jetzt ist ja auch das Problem, dass dieser Dirigent, der weiß ja, was gespielt werden soll. Das heißt, selbst wenn wir den Zettel einfach wegzuppeln, ja, dann wird er sagen, so, oh, das ist aber nicht das richtige Lied. Wo ist mein Zettel? Nee, ich glaube, weil er ja spielen muss, dann spielt er einfach. Lass uns mal in den Süden gehen. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier in die Gasse. Wo ist denn? Welche Richtung war er jetzt? Ah, nee, nochmal nach Süden, ne? Nee. Doch, nochmal nach Süden. Achso, dann ist die Gasse, genau. Und jetzt sind wir... Ah, im Osten, jetzt im Osten. Genau, jetzt der Kramer, jetzt sprich mit Kramer. Mal gucken, ob wir dem jetzt schon sagen können, wir brauchen unbedingt hier... Verstehst du? Was? Ich hätte eine Rolle Klopapier übrig, genau. Was haben Sie denn im Angebot? Oder hast du das mit der Klopapierrolle gesagt? Ja, im Endeffekt... Na gut, ja, okay. So, was haben Sie im Angebot? Hm. Okay, also was auch immer wir anlocken müssen, um es zu bekommen, wir haben es nicht gemacht. Hm. Ja, wir haben ja auch noch keinen Hinweis. Also, ich sag mal, ein Gesangsbuch, aber die ganze Kirche muss ja auch mitsingen, ne? Also, das reicht ja nicht nur, wenn wir die Informationen haben. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas auslösen. Wir müssen ihn auf jeden Fall... Also, das muss man immer, aber wir müssen ihn entweder ablenken oder den Gesang starten lassen. Wir können einfach... Ach so, wir können einfach mal mitsingen, ne? Also, wir können uns einfach mal hochstellen und einfach singen. So, und dann sagt er vielleicht sowas wie, ja, gut, jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Du singst nicht sehr schön. Ach, du bist schon oben, du, äh, schnell... Ja, klar, ich... Ich renne hier einfach rum. Es ist doch eh keiner auf den Straßen. Nimm Notenstände. Vielleicht müssen wir den doch einfach anbohren. Ne, okay, das geht nicht. Würf Apfel. In Ordnung, okay. Kommt aber nicht. Bitte was? Ich habe einfach einen Apfel geworfen, aber... Ja, okay, den hat er jetzt einfach nach unten, also auf den Boden geworfen. Ich nehme den mal wieder her. So. Okay, äh, gut, dann, ähm, was machen wir denn jetzt? Kehrschaufel, rostiger Schlüssel. Apfel, Handbohrer. Also, der Handbohrer, ne? Damit haben wir ja noch nichts gemacht. Ob man da den Notenstände irgendwie angucken kann? Bohr, Bohr, Notenstände, was natürlich keiner bemerken würde. Ah, womit willst du den Notenstände bohren? Okay, Bohr, Notenstände mit Handbohrer. Den Satz habe ich nicht verstanden. Ich untersuche mal den Chor und das Orchester. Ja. Das haben wir nämlich noch gar nicht untersucht. Stimmt. Orchester. Also, der Chor. Die Musiker warten konzentriert auf ihren Einsatz. Unter den Instrumenten befinden sich Geigen, Oboen, Trompeten. Aber die Orgel beansprucht natürlich den meisten Platz mit all ihren Registern. An und zu, wahrscheinlich ab und zu, prüft einer der Musiker, ob sein Instrument auch richtig gestimmt ist. Aha. So, und dann nochmal Orchester. Nee, das haben wir doch irgendwie untersucht. Ach so. Du meinst den Chor? Nee, den habe ich gerade untersucht. Ach so, okay. Ja, da ist der selbe Text. Kommt beides... Nee, stimmt nicht. Kommt bei beiden... Was? Wieso nicht? Doch, stimmt. Sorry, ja. Beides mal der gleiche Beschreibungstext. Ist korrekt. Warte mal, und bevor wir hier irgendwas mit den Leuten machen, gucke ich mir kurz die Empore an, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Mhm. Okay. Okay, sowas kannst du ja nicht sehen. Gehen wir mal runter und schauen die Empore an. Auch hier nicht. Gut. Gehen wir mal hoch. Ähm, also. Ähm. Wir haben also, unter den Instrumenten befinden sich Geigen, Oboen und Trompeten. Punkt. Schlag dir... Hätte da kommen müssen. Aber die Orgel... Okay, untersuchen wir einfach mal das Größte, nämlich die Orgel. Oder wie ich es schreiben würde, Rogel. Oh Mann. Es ist mal wieder spät. Die Orgel umfasst mehrere Register mit Orgelpfeifen. Untersuche. Register. Gleiche Beschreibung. Und ich nehme an, wenn ich Pfeifen eingebe, sagt er entweder was über viele Menschen oder... Die Pfeifen reihen sich in acht Registern an der hinteren Wand der Empore auf. Hm. Das ist fast eine sehr detaillierte Beschreibung für ein Nebenbei-Objekt, oder? Warte mal, ich muss die auch mal untersuchen. Orgelpfeifen. Nee, ich finde das relativ normal beschrieben. Man entdeckt auch nichts Unerwartetes an der Wand, sagt er. Okay, dann untersuchen wir uns doch mal... Lass uns doch mal einfach alle Medikamente... Äh, Medikamente sag ich schon. Äh, Instrumente untersuchen. Also O-Trompeten. Geigen war, glaube ich, zuerst genannt. Ja, ich gehe von hinten. Die Trompeten stehen frisch poliert auf ihren Auftritt bereit. Ach so, für, Entschuldigung. Ja, die Geigen übrigens auch. Die glänzen frisch poliert im sanften Licht der Emporen-Lüster. Lüster. Interessant, woher der Begriff Lüstern kommt. Ich kenne nur die Lüster-Klemme. Die Oboen aus edlem Holz stehen in Reih und Glied für ihren Auftritt bereit. Ich glaube auch nicht, dass... Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Sie stehen bereit. Bereit. Aber ich glaube auch nicht, dass was mit den Instrumenten zu tun hat. Weil die sollen ja schon funktionieren und so. Und der Dirigent ist unsere... Ja, aber guck mal, was ist, wenn wir die kaputt machen? Ja, das bringt uns doch nicht... Die sollen doch spielen. Nur das richtige Lied halt. Beziehungsweise das falsche. Ich spreche nochmal mit dem Dirigent. Vielleicht gibt es ja jetzt nochmal sowas wie... Bitte, 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 bitte... Oh, der will jetzt gar nicht mehr mit uns reden. Das ist ja interessant. Dumme Sau. Das ist ja interessant. Wie könnten wir den jetzt ablenken? Naja, guck mal. Wir könnten den ablenken, indem ein Instrument nicht gestellt ist. Dann kommt er durcheinander und sagt, Johnny, was ist denn hier los? Wir hatten doch so viel Zeit. Und in der Zeit, in der er sich aufregt, können wir einfach quasi den Zettel... Okay, okay. Folgende Vorschlag. Putzlappen in Trompete. Finde ich gut. Steck. Oder Brüß. Lappen. Ich hab fast Labbe geschrieben. Lappen in Tromp... Trompete. In einem unbeobachteten Moment stopfst du den Lappen in eine der Trompeten. Kurz darauf gibt einer der Musiker dem Dirigenten ein Zeichen, dass er kommen soll. Aha! Er schlängelt sich durch die Reihe und hilft ihm bei der Fehlersuche. Heide Bim Bam, du halt. Nicht schlecht, Fall. Faustdick hinter... Wieso? Das war doch deine Idee. Ja, aber du bist ja drauf gekommen, dass wir genau das machen müssen. Das Instrument manipulieren, damit er die Rengen seinen Posten verlässt. Sehr gut. Achso. Ja, ja. Das Manipulat ist stark in mir. Also, jetzt hier... Warte mal. Schau dich um. Nimm Notenheft. Komm. Ah, guck mal. Es geht scheinbar auch um Zeit ein bisschen. Pass auf. Ich hab mich jetzt nochmal umgeschaut. Da ist die Beschreibung nochmal, ne? Und dann... Der Dirigent hält sich gerade bei den Trompeten auf. Auf dem Notenständer ist ein Notenheft. Und der Dirigent blickt skeptisch in die Öffnung der Trompete. Okay. Was hast du gemacht? Ja. Ja, nimm Notenheft. Aber da sagte dann... Dein Bauchgefühl sagte, dass du damit wenig erreichen wirst. Blätter Notenheft. Oder Tausch oder so. Oder Notenheft um. Mhm. Ah, hier. Du blätterst hastig um, bis das Titelbild, die Bachkantate 21, OE, wie schreit, du Donnei Wot, zeigt. Oh, und jetzt der Dirigent zieht etwas heraus. Weißt du? Ja, und können wir jetzt... Ah, und, pass auf, und, während der noch dann was macht, gehen wir in den Süden. Okay, weil er ist ja auch abgelenkt, weil es ist ja vorhin, dass man nicht unbemerkt, aber okay, im Moment ist das keine gute Idee, denn du bekommst, äh, denn du kommst niemals unbemerkt durch diese Tür. Okay, und jetzt kommt der Typ, äh... Der Dirigent macht sich kopfschüttelnd auf den Rückweg. Mhm. Ja, und nun? Machen wir mal warten. Mhm. Oh, nee. Oh, Mann. Der Dirigent blickt erstaunt auf das Notenheft. Unter heftigem Stirnrunzen blättert er hastig die Seiten zurück, bis sich ein Ausdruck der Zufriedenheit auf seinem Gesicht bereit macht. Siehst du, ich hab ja gesagt, der weiß das, der checkt das. Ja, der war nicht schlecht. Und vor allem, haben wir jetzt keinen Lappen mehr? Ich guck mal ins Inventar. Ähm, tatsächlich. Ich meine, wir können vielleicht den Handbohrer dazu einsetzen, um so eine Geige anzubohren, aber Bohrgeige mit Handbohrer. Nee, das geht nicht. Hm. Oder warte mal, schau dich um, vielleicht liegt der Lappen jetzt irgendwo. Oh, ah, der Dirigent steht mitten auf der Empore von seinem Notstand. Der Taktstock bereits erhoben, stand jetzt eben auch schon da. Was hast du gemacht? Ja, einfach nochmal umgeguckt. Aber der hat jetzt schon seinen Ständer, äh, nee, seinen Taktstock erhoben. Jetzt wird's gleich knifflig. Hm. Nochmal ist Notenheftung oder so. Hm. Also, pass auf. Oh, warte mal, warte mal. Ähm, vielleicht ist auch die Ecke noch wichtig, ja. Also, die Bach-Kantate 22 ist umgeknickt. Und deswegen sehen wir dahinter die 21, ja. Vielleicht müssen wir noch die Ecken umknicken, damit der das dann noch nicht so wiederfindet oder so, weiß nicht. Weil, weißt du, vielleicht... Ja, ich glaube, der merkt, dass er darin, dass es einfach, dass einfach 21 da auf der Seite steht und nicht, dass es, dass da eine Ecke umgeknickt ist. Also, ich glaube eher, das Problem ist... Hm. Ja. Jetzt komm aber auch mit einer Problemlösung. Nee, nicht mit einer Lösung. Aber pass auf. Also, wir haben ja offensichtlich was gemacht, dass man revertieren kann. Wie sagt man? Beheben. Wie wäre es, wenn wir irgendwas machen? Wir haben ja diesen Bohrer, der so ein Instrument effektiv kaputt macht. Ja gut, aber dann könnte er... Dann kann er ja nicht... Dann kann er ja... Was stehst du? Ja, aber dann kann man doch auch nicht mehr spielen. Vielleicht müssen wir... Ist das mit dem Spielen völlig irrelevant? Vielleicht müssen wir ihn nur ablenken, um da hochzukommen? Keine Ahnung. Aber dann wäre das mit der 21. doch ein bisschen komisch. Ja, das stimmt. Kennst du dich aus? Ist bei der 21. vielleicht was nötig, was... Nee, umgedreht. Ist bei der 22. etwas nötig, das bei der 21. nicht nötig ist? Ja, andere Textkenntnis. Könnte ja sein, dass sie da, weiß ich nicht, Elektrogitarn brauchen. Ja. Ja, ich glaube, das war Bachs Fable. Elektrogitarn. Damit... Ich glaube, damit ist er berühmt geworden, ne? Ja, kann ja sein, dass er sagte irgendwie, Leute, die Trompeten sind im Arsch, wir können die 22 nicht spielen, holt eure Gitarre raus, wir machen die 21. Kann ja sein. Ja, okay, klar, kann sein, aber wie wollen wir das denn kaputt machen, ja? Du bist der Kirchengänger. Ich hab ja... Okay, warte mal, was haben wir noch für... Wir haben Schau... Nee, Untersuchungorchester, ja. Was haben wir denn noch für Instrumente? Wir haben die Geigen, Oboen und die Orgel. Wir können natürlich, ja, Steck, Möhren in Orgel, ja, kann man natürlich machen, geht aber nicht, das Spiel sagt, das können wir hier nicht sehen. Das ist ja auch albern, hör mal. Wieso, das ist ja perfekt. In jede Orgelpfeife eine Dings. Dann können wir natürlich sagen, weiß ich nicht, also bohren geht ja auch nicht, wir können ja auch nicht die Geigen anbohren. Äh, weiß ich nicht. Und eine Oboe... Ich weiß nicht weiter, lass mich mal runtergehen. Bleib mal hier. Ich geh mal wieder zum Kramer. Weil ich hab mal jetzt was anlockt. Sprich mit Kramer. Ich schau mich hier nochmal um. Ich spreche mal mit dem Dirigent. Oh, guck mal. Was? Ist das was? Steht jetzt nicht mehr, ich hab keine Idee, sondern ich hab so eine Idee, was ich brauchen könnte. Oh, warte, dann komm ich... Ne, warte mal, ich komm zu dir, warte. Ui, ui, ui. Gott weiß, wie wir das entsperrt haben. Was, wie geht das? Gasse? Zweimal, also runter, zweimal nach Süden und dann nach Osten. Sprich mit Kramer. Ui, na dann, mal sehen, was brauchen wir denn? Kein Problem, sehen Sie sich erst um. Ah, da, ich suche etwas, womit ich Papier kleben kann. Was? Echt? Ich hab gesagt... Ah, dann kann er die Seiten so kleben. Ich verstehe. Okay. Okay, drei. Oh, da empfehle ich persönlich Hasenleim. Hab ich da nur 10 Goldmark, die Flasche. Goldmark? Ja. Goldmark. Simon, wenn wir hier fertig sind mit aufnehmen, dann liest du mal wieder Wikipedia, ne? So, dann würde ich sagen, ich hätte eine Rolle Toilettenpapier übrig. Ja. Ah, nee, warte mal, es gibt direkt eine angepasste Dings. Ich überlasse ihm das Toilettenpapier im Tausch wie den Hasenleim. Ja, natürlich, wir haben ja keine Goldmark. Ja, eben, aber trotzdem ist der Dialog irgendwie ein bisschen im Arsch. Ich gucke jetzt noch, was Goldmark ist. Das lasse ich ja nicht auf mir sitzen. Ja, war halt mal eine Währung im Deutschen Reich. 20 Goldmark. Hier, liebe Zuhörer, ihr könnt mich unterstützen, indem ihr schreibt, dass ihr das auch nicht wusste. Dann stehe ich nicht ganz so doof da. Dafür haben wir ja die Kommentare, ne? Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, also, äh, ich habe gesagt, ich überlasse Ihnen das Toilettenpapier im Tausch für den Hasenleim. Nie und nimmer gebe ich, äh, den Hasenleim für eine Rolle Klopapier her, gnädige Frau. Da müssten Sie mir schon zehn Rollen dafür bringen. Okay. Option drei wird gewählt, denn, bitte, bitte, ich brauche unbedingt den Hasenleim. Augenaufschlag, flehender Blick. Nun gut, ausnahmsweise, weil sie es sind. Weil sie so nett sind. Weil sie mir leidtun mit ihren Stoffhosen, die sie da tragen müssen. Nicht schlecht. Guter, guter Hint auf unsere Jogginghosen. Okay, damit ist das Gespräch fertig. Hast du jetzt, genau, jetzt sagen wir mal eins, ich hätte eine Rolle Toilettenpapier übrig, ne, oder? Das ist das Einzige, was übrig ist. Das ist ja das, was ich meine, warum der Dialog im Ganzen ein bisschen im Orsch ist. Und wir haben auch Hasenleim im Inventar. Warte, ich gucke auch mal nach. Ja, Hasenleim, sehr gut. Aber trotzdem, also pass auf, die Mark, rückwirkend auch als Goldmark bezeichnet, war die Rechnungseinheit und das Hauptnominal der zu einem Drittel goldgedeckten Währung des Deutschen Kaiserreiches ab 1871. Reichsgoldwährung. So, da haben wir doch wieder was gelernt. Goldmark. Finde ich gut. Wenn du einen Kumpel hast, der Mark heißt und den mit Blattgold einpuderst, dann ist das auch ein Goldmark. So. Also ich habe mal den Laim untersucht. Ich habe Laim gesagt. Ja, das stimmt. Ist halt auch warm. Auf dem Laim steht, Dr. Heizers hurtige Hasenleim. Einfach heiß machen. Was? Und loslegen. Heiß machen? Ach du Scheiß, wie machen wir den heiß? Oh ne. Ich habe keine Ahnung. Feuer machen oder was? Ey komm, lass es uns einfach so probieren. Mal gucken. Also, wie kommen wir jetzt dahin? Okay. Also Westen. Warte mal. Und vor allem, wie lenken wir denn jetzt den Typ nochmal ab? Wir haben keinen Lappen mehr, ne? Aber noch zwei andere Instrumente, oder? Okay. Theoretisch. Ja, aber. Warte, 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 warte. Ey, wenn wir nur noch zwei Instrumente haben. Mal angenommen, wir brauchen eins für die Tür. Und das Zweite, was wir noch haben für dieses, äh, Dings. Ja. Ich will erst rausfinden, wie wir das heiß machen. Aber warte mal. Nochmal so in Theorie. Wir mussten ja, äh, anscheinend vielleicht den Lappen da reinstopfen und, und, ähm, dann das, das umdrehen, um zu erkennen, dass er es wieder zurückblättert, um überhaupt diese Hasenleim-Option zu bekommen. Das heißt, das ist schon so gewollt, ne? Dass man, dass man da an der Stelle erstmal verliert, sozusagen. Fairer Punkt. Denn ansonsten hätte ich jetzt Angst, dass wir überhaupt nicht weiter, oder dass wir uns jetzt was verbaut haben. Aber ich glaube, das muss, ja, wahrscheinlich muss das so, ne? Ja. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie wir den Hasenleim, äh, warm bekommen, beziehungsweise ob wir das überhaupt machen müssen. Also vielleicht geht's ja auch so. Vielleicht ist das ja, klebt der jetzt so ein bisschen auch, wenn er kalt ist. Weiß ich jetzt nicht. Hm. Oh, warte mal. In der, in dem Haus gab's doch ne Küche, ne? Mit nem Herd, oder? Mit nem, mit nem Stahlplatte und so. Stimmt. Und da war Glut drin. Da war doch Glut drin. Da wird ein Schuh draus. Komm. Wir gehen jetzt. Da wird Erkleber draus. Oh, warte mal. Ne, aber das können wir jetzt auch nicht machen, weil die Folge schon wieder so lange ist. Oh. Mir, mir zuckt's im Finger nicht. Ich will Sachen eingeben, aber ich darf nicht. Na gut. Dann, äh, speichern wir jetzt. Und spiele nächste Woche weiter. Ja. Also, da im Internet bis dahin nicht viel passiert, macht ruhig aus und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis bald, liebe Textlastis. Ich wollte so'n, so'n Löwenzahn-Moment, weißt du? So jetzt so, unter uns. Tschüss. Tschüss.